hallo youtube auch rechtes ganz begeistert nur zur info das war mein praktikant melvin wenn er im keller gefoltert wird hilfe sarah ich stehe immer wenn hast du eigentlich hast du eigentlich youtube erfahrung oder verzeichen doch mal kurz zur info hat keine und melvin hat keine oder wie doch melvin machte auch videos ich hab da einen so und kurz für die zuschauer oder besser gesagt für sarah melvin ist mein praktikant steht unter mir sarah ich bin der chef kommt zu mir was muss das muss melden 1 1 0 hilft dir da auch nicht da unten ist kein empfang ich hätte ja gedacht dass in dem film hier von staros 9 die roten druckler mehr zum einsatz kommen aber die sind ja nur beim endkampf wo sie wieder verlieren gott wer will da bitte hin das ist viel zu weit benni boah nee das kriegt man nicht so einfach in hier wir können auch da hin springen melvin hat schon markiert hast du einen baum gepinkelt melvin baum pinkelau ich markier mir dann aus kannst du machen okay ich weiß nicht wo du wohnst aber eigentlich schon aber du weißt nur die stadt die adresse weißt du nicht ich ich weiß dass nicht mal sara kennt meiner nicht mal sara kennt meine adresse was mit melden er er kennt sie wegen dem giveaway ja oh blauer pump wenn ich jetzt ein geschenk kriege bin ich happy ich auch weil ich eine quest auf gruppenhilfe müssen ich muss auch noch ich muss auch noch eine quest mit okay überlegt leute lichtschwerter darüber bin ich auch happy da beschwere ich mich dann nicht ja sag schon benni du weißt dass du da auch gruppenhilfe anmachen kannst weil wer gibt freiwillig schon eine kiste ab wo eine goldene waffe drin ist geschenk äh braucht den jemand wen denn lila raketenwerfer ich brauche ihn nicht unbedingt ich habe lieber den schneeballwerfer dann ich nehme ihn wenn ihn kein anderer will ich will den nicht hier ist noch eine grüne sniper ich habe jetzt auch eine kurz ausgetauscht so wo den bauern sagen wir welche gelandet nein ja auch kein schild ich habe zwar ein paar minis einstecken aber ich habe die auch noch nie getrunken warum sollte ich auch wenn ich habe noch kein schild da bist du gleich hier ist sowas jetzt okay ähm hier wir haben lila gepumpt braucht jemand eine blaue hier ist eine blaue ich habe eine lila warte hat er jetzt jemanden Lichtschwerter gefunden ja ganz oben ganz oben im großen Haus auch nicht mehr Tyrox verhasst ja die Lichtschwerter aufs Teufel na und wir verhassten Tyrox auf den Teufel nein schau wenn jemand noch einen Biggie findet kann er mir das sonst geraten ja da ist ich ja willst du nicht die Lichtschwerter mal holen warum bist du denn in das Haus gegangen weil ich gelooten oh oja da habe ich schon gelooten Melvin bringen Raketen ja vergerne an ja den habe ich da hingelegt hä wieso gehst du jetzt lockert ne Melvin nimmst du die halber zu kommen hm hab ich schon ok denn Melvin hat so die exotischen Waffen hm ne ich bin eher so der auf Entfernung und Heilen und sowas ne fängt ja aber mit dem Raketenwerfer hat auch nicht jeder ja mit der Heil-Bazuka hat auch nicht jeder ja stimmt und ja ich habe keinen an was hast du denn kam an nein ich habe keinen an Fernseher ist immer aus. Was läuft da? Darko, was hast du an? Ich hab nix an. Ich auch. Ich hör überhaupt nix. Was ist falsch bei euch? Ich hör halt bei Darko aber. Ich hab hier nix. Ich hör halt auch nix. Was ist falsch bei euch? Ey, das ist bei Ike. Das ist bei Ike. Nein. Was sagst du? Ach so. Melvin, tust du mal Luca ganz kurz wegmoven? Ey, das war kein Anheber. Das war mein Wecker. Weil ich ja eigentlich 15 Uhr aufstehen wollte. Ich hab das halt nicht gehört deswegen. Meine Kopfhörer sind zu gut. Tut mir leid. oder auch nicht. Ich hättet sagen müssen, dass da ein Lied läuft. Dann hätt ich das vielleicht doch kapiert. Vielleicht sollte ich mal losgehen. Kann jemand Minis mitnehmen? Ich hab vier Stück dabei. Nee, ich hab keine mehr mitnehmen. Also Minis hab ich allgemein immer dabei. Dann nimm doch bitte die mit, die markiert sind. Äh, guckst du mal bitte wo ich bin? Wieso? Naja, weil Sturm und so und da oben Haus und... Weil Sturm und so? Weißt du wie viel Zeit wir noch haben? Ja, aber ich will das Haus looten. Vielleicht ist da ein Päckchen drin. Ein Geschenk für den... hervorragend... sexysten Eindruck der Welt. Eindruck stinkt. Warte. Nein, ich wollte duschen. Und mich sogar am Gesicht mal rasieren nach einer Woche. Oh. Leute, mit Benny Melvin, da ist noch das Luftgetrank. Oder Trank. Ja, Trank. Ja, Melvin, Sarah weiß davon. Wir haben da ein paar Tränke geladen. Was? Wovon ist das? Ei, ei, ei. Ganz sinn ist also, dass du dich bewegst. Ziemlich du bist. Außerdem hab ich sieben Minis grad im Gepäck. Oder hier, hier ist noch so ein Fisch. Ach, Melvin, nimm's nicht so tragisch. Melvin, nimm's nicht so tragisch. Jeder Kerl verliert mal die Frau an mich, also... Ja, Alter. Hahaha. Ich hab Prinzessin Acer ihr Eispalast gefunden. Einen riesengroßen Schneestuhl. Wer sch... Pass auf! Huh! Schneeballwerfer. Den kann ich sogar noch looten. Was? Wo seid ihr? Vor allem, ich hab keine Fernkampfwaffe. Ich hab nur Nahkampf. Also, ne? Ich weiß gar nicht, hä? Ah! Eich, wo bist du denn? Bei Prinzessin Acer ihrem riesen Schneestuhl. Eisstuhl, oder wie man das auch immer nennt. Versteck dich aber hinter den Autos. Hier gibt's ganz viel Loot, 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 Loot. Soll ich euch was übrig lassen? Nein? Okay. Ähm, Melvin, unter der... äh... Ich kann ja nichts machen. Ich hab keine... Oh nein, es wird nebelig. Nein! Beschneid! Danny, komm mal, äh komm, bau dich mal hier rein ins Haus. Scheiße, Alter! Komm mal... Komm mal hier... Wo ist der? Markiert das mal, wo der ist. Komm, von der anderen Seite. Von hier kannst du besser Snipern. Ist der hier bei mir... Hallo? Ist der bei mir in der Nähe? Achtung, der kommt da! Das ist nur sie. Das ist nur sie. Ist doch egal. Ja, das ist der näher Gegner. Oh! Und erst gut. Da ist noch einer. Irgendwo. Da ist ne Kiste dran. Ne, der eh ne Schuss, der kam von mir hier hinten. Achso. Hä? Das ist ein Sniper. Ja, okay. Das ist vielleicht besser. Pumpgun, Sniper, Raketenwerfer. Eine goldene Maschinenpistel. Sehr toll, wir brauchen die. Wie wärs wenn wir in die Zone gehen? Ja. Hallo, Ike! Hi! Tschüss! Ich bin irgendwie Tank und Medic zugleich. Das ist komisch. Der Tank bin ich. Tank bist du? Meistens. Meistens bin ich derjenige, der das unabsichtlich das Feuer aufsicht zieht. Auch allein wegen diesem bescheuerten Tannenbaum. Ja, okay. Airdrop, airdrop, lalalala. Ich seh gleich airdrop, airdrop, Ike down. Das wär... Oh! Die nehm ich dankbar an. Sniper. Nein, ich hab... Ich hab MP, Sturmgewehr, Pumpgun und Sniper. Ich hab alles. In? Äh... Sniper blau... Äh... Ne, äh... Grün. Mal an, ins Bau doch mal, du Scheißding! Äh... Leute, wollen wir in Pleasant rein? So, nochmal Benni. Äh... Sniper grün, Pumpgun lila, MP blau und Sturmgewehr gold. Okay. Oh, Mann. Ich hab die MP in Gold. Ah, es hat aufgehört. Leute, wollen wir in Pleasant rein? Da wird geschossen. Äh... Geschossen. Das Leben doch nur noch 21. Können wir gerne machen. Jo. Ich hätte gerne ein paar Granaten. Achtung! Achso, es ist Benni. Hat jemand zufälligerweise Granaten? Weil dann würde er meine blaue MP dafür kriegen. Ähm... Ja... Ja... Achso, hier. Warte. Vier Schuss hab ich. Melvin. Hinter dir. Danke. Äh... Eigentlich sehen Granaten aus. Bist du lost? Was? Ganz normale Bum-Granaten. Ja, achso. Bist du lost, Knacko? Ja, ich dachte, Moni für einen Granatenwerfer, aber das ist auch Raketen-Moni. Ganz normale Bum-Raketen-Gegner. Danke. Dir wird das vor meiner Nase gebaut. Vor meiner auch. Oh oh. Stirb einfach. Die hat kein Schild mehr. Haben sie. Das war eine einzelne. Die hat eine Schockwellen-Granate dabei gehabt. Jo, danke. Äh... Ich brauche... Heal. 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 Okay. Das war eine einzelne. Ach, wir müssen schon wieder in die Scheiß-Zone. Hm. Dann run. Okay. Ui! Was war das denn? Schockwellen-Krammer. Ich hab deine Granaten. Kommt her! Stellt euch alle zu mir! Das geht so schief, ey. Das geht schief. Stellt euch alle hin, genau. Ja. Hoi! Und Gegner machen dir auch noch Schaden. Ja, du kannst Gegner damit wegschleudern. Ja, und machst du den Schaden auch? Oder nur wegschleudern? Äh, Fallschaden dann. Hm. Wenn du sie von den Gebauten runter schießt. Damit... Da ist gebaut auf jeden Fall. Ähm, da vorne bei dem Zeltcamp, ne? Da ist Loot. Ja, und? Da vorne ist überall gebaut worden. Ja, das heißt dann... Wenn du die Leute killen, ist da genug Loot. Kanaten! Meine! Ich hab Kanaten. Du hast n Schrot markiert. Ne, ich hab's ja nicht markiert. Das war jetzt Melvin. Ich bin doch, äh, rot. Das war ich. Achtung, Raketenwerfer. Von links irgendwo. Was bedeutet, da wird geballert. Gefaltet. Mhm. Und Benni. Bail me. Bail me einfach gleich raus. So, jetzt. So, jetzt. Ich kriege zwei Teams an, Benni. Ich kriege zwei Teams an. Oh! Wunderthalt. Das befriedigt meine Seele. Ey, Melvin. Das Video gucken, ich bin der Jährige. Dann sag, red schon, dass du befriedigt bist. Was soll ich sonst sagen? Dass du erotisierend einen stehen hast. Das ist nicht besser! Kannst du nicht? Nö. 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 Wo ist die Kuss? Nö. Wir haben keiner! Nö. Einer. Gennobbt! Wir haben wir auch, nein? Ja! Genobbt! Von der Seite! Ja, da kommt noch einer! Scheiße! Wo? Geht das hier? Mann. Einfach in eine sichere Schräglage legen. Und auf Hilfe warten. Was macht denn Benni da? Was macht die? Alter. Ja, der hat ja gut funktioniert. Benni, äh, Benni oder Darko, macht mich mal, ich heile, heile. Achso, äh. Ich glaube, das geht nicht. Wow. Äh, ist Darko? Nein. Das sind die einzigen, die zwei, die noch leben. Was? Ja! Wir sind auf jeden Fall Zweiter. Töt ihn, töt ihn einfach. Sag ich doch. Geil. Ey, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ey, ich habe das jetzt. Ich hatte irgendwann mal gemeint, dass da noch, ähm, was weiß ich. 21. Ja, leben. Das war, wo der Erdbrotit, nee, äh. Ach ja, ich weiß er wieder. Lobby. Genau, äh, Lobby. Immer wieder. Ich hab in die скаж hangs. High isot. Ja, ich bin fast ja, mortgage zu helancen. Ja, ich hab in die fluss- Ja, ich bin tell immer ledchen. Ich remember all die erlangs Marty-Jubelschi, und das ist ja fast. Die employers derordination von pills- Jumels Catherine immer wieder wieder überprüftet für's. trial geht auch schon. Es passt in den Macht bei sich, Vielen Dank.